oh mein gott leute ich habe es vergessen es kommt ja noch der trailer zu episode 2 die schauen uns natürlich noch an ganz kurz noch mal die auswertung du hast angegriffen haben 100 prozent also haben alle gemacht auch also meine freunde gucke ich gerade was diese gemacht haben bei steam du warst gemein zu joys haben 75 prozent gemacht 25 waren nett du warst nathan verteidigt haben 100 prozent gemacht haben also alle gemacht du hast recht gesagt dass ihr mehr zum freund seit 75 prozent hat auch die mehrheit gemacht okay so und jetzt kamera aus und mal gucken was uns in der episode 2 erwartet jetzt no one steals from me i want my fucking money okay Vielen Dank.